Hier in meiner Hand halte ich Olefin-Filament, ein Material, welches sehr gute Eigenschaften verspricht und das Potenzial hat, das weit verbreitete ABS abzulösen. In diesem Video schaue ich mir das Filament im Detail an, teste wie gut es sich drucken lässt und führe meine Standardversuche zu den mechanischen und thermischen Eigenschaften durch, um es mit ABS und ASA vergleichen zu können. Eines kann ich jedoch schon vorwegnehmen, Olefin hat mich im Laufe meiner Tests mehrmals überrascht und ihr solltet dieses Material auf jeden Fall kennen. Bleibt ja hier dran, hier bei Yantech. Wer sich schon mal mit DIY-3D-Druckern wie Voron oder Redrick beschäftigt hat, wird wissen, dass das Go-To-Material für die Druckteile ABS oder das sehr ähnliche ASA ist. Das liegt daran, dass diese Materialien nicht nur steif und duktil, sondern auch ziemlich temperaturresistent und vergleichsweise günstig sind. Die Temperaturbeständigkeit ist besonders wichtig, wenn die Drucker umhaust werden. Gerade in der Nähe von Hotend und Heizbett können über einen sehr langen Zeitraum hohe Temperaturen herrschen. Neben den ganzen Vorteilen hat ABS allerdings auch einige Nachteile, wie zum Beispiel, dass es stark zu Warping tendiert, demnach für Anfänger oft schwieriger zu drucken ist und je nach Hersteller relativ starke Gerüche und Dämpfe beim Drucken entstehen. ABS enthält Styrol, was als gesundheitsschädlich gilt. Bisherige Alternativen wie diverse PC-Blends konnten ABS nie wirklich ablösen, da sie tendenziell noch schwieriger zu drucken sind, oft weiterhin ABS enthalten und dazu nochmal wesentlich mehr kosten. Vor einiger Zeit hat mich Albert von 24-7 Printing angerufen und mir von Bava Phil Olefin erzählt. Albert baut aus seinem Kanal High Speed Core XY 3D Drucker und optimiert dabei immer wieder einzelne Baugruppen wie die X-Gantry oder Bauteilkühlung. Das Olefin verspricht neben ABS-ähnlichen mechanischen und thermischen Eigenschaften auch eine geruchsfreie Verarbeitung und kostet etwa so viel wie ABS. Außerdem hat Olefin eine Dichte von nur 0,92 Gramm pro Kubikzentimeter und ermöglicht es daher, sehr leichte Bauteile herzustellen. Das ist vor allem für im 3D Drucker bewegte Massen wie die X-Gantry oder den Druckkopf interessant. Die Idee war es daher, dass ich das Material auf seine mechanischen Eigenschaften überprüfe und Albert es auf dieser Basis dann für ausgewählte Teile zur Optimierung seiner High Speed Drucker verwendet. Dafür hat er mir drei Spulen von dem Material zukommen lassen. Das Bava-Phil Olefin wird von Bavaria Filaments hergestellt und kommt, wie es Name und Verpackung auch schon verraten, aus Bayern. Zurzeit wird das Filament in sieben verschiedenen Farben angeboten, schwarz und weiß eingeschlossen. Die 850 Gramm Spule kostet zurzeit 29,95 Euro direkt im Shop von Bavaria Filaments. Alle wichtigen Daten zur Verarbeitung stehen direkt beim Artikel dabei. Bei den mechanischen Eigenschaften gibt es meiner Meinung nach noch etwas Luft nach oben, aber dafür lohnen sich dann meine Tests in diesem Video umso mehr. Wer sich jetzt übrigens fragt, was Olefin für ein Kunststofftyp ist, laut Webseite handelt es sich um einen sogenannten Olefin-Copolymer-Compound, das polypropylenedelig, allerdings modifiziert ist. Wenn euch PP näher interessiert, findet ihr hier auf meinem Kanal ein ausführliches Testvideo. Bevor es ans Drucken ging, erstellte ich zunächst ein Filamentprofil im Super Slicer. Hier habe ich einfach die Daten von der Webseite des Herstellers übernommen. Außerdem wird ein Haftmittel für das Druckbett empfohlen. Albert hatte hier bereits Erfolge mit 3D-Lack, Vision Miner und Magic Group PP. Ich habe mich für letzteres entschieden und eine dünne Schicht auf dem textuierten Druckblech meines Redrick V-Core 3.1 aufgetragen, dann das Filament geladen und schon konnte es mit dem Drucken losgehen. Als erstes habe ich ganz klassisch ein Benji gedruckt, um zu überprüfen, ob meine Einstellungen passen. Da dieses sehr gut herauskam und auch die Betthaftung mit Magic Group PP sehr gut war, druckte ich gleich noch einen Warren Cube. Damit wollte ich grob überprüfen, ob auch die Dimensionen beim Drucken passen oder ob gegebenenfalls weitere Werte kalibriert werden müssen. Nachdem auch hier alles gepasst hat, ging es schon an das Drucken der Prüfkörper für meine mechanischen Tests. An manchen Stellen gab es minimales Warping, das hielt sich jedoch in Grenzen. Dazu sollte man noch erwähnen, dass mein Redrick nicht umhaust ist. Mit Enclosure sollte es hier eigentlich keine Probleme geben. Um das zu bestätigen, habe ich das Olefin gleich nochmal in meinen umhausten Prusa MK4 geladen und diesen Stealth Burner Buddy gedruckt. Hier war die Haftung perfekt. Fairerweise, gerade da ich Olefin ja auch mit ABS und ASA vergleichen möchte, sollte man aber sagen, dass die Tendenz zum Warping ziemlich ähnlich ist. An dieser Stelle möchte ich mich kurz bei dem Sponsor des heutigen Videos, PCBWay, bedanken. Mit PCBWay könnt ihr eure Projekte in die Tat umsetzen. Anders als der Name sagt, werden hier nämlich nicht nur alle Arten von Leiterplatten gefertigt und auf Wunsch bestückt, sondern auch 3D-Druck, CNC-Machining, Blechbearbeitung und sogar Spritzguss in den verschiedensten Materialien angeboten. Ich selbst setze bei der Entwicklung meiner neuen Materialtestgeräte auf diese Services, um die mechanische Konstruktion und Elektronik auf ein neues Level zu heben. Überzeugt euch doch aber einfach selbst auf PCBWay.com. Nun zu meinen mechanischen Tests. Wer bereits andere Videos dieser Art auf meinem Kanal gesehen hat, kennt die Tests bereits und weiß, dass ich stets darauf achte, dass die Proben nach denselben Einstellungen gedruckt werden, um einigermaßen vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Außerdem werde ich die Funktion der einzelnen Testgeräte diesmal nicht näher erklären. Wenn ihr jedoch daran interessiert seid, schaut euch gerne frühere Videos von mir an, besucht meinen Printables-Account oder stellt Fragen in den Kommentaren. Außerdem blende ich euch bei den jeweiligen Versuchen immer auch die Ergebnisse von früheren Tests an schwarzem ABS von CR3D und Natur-ASA von Prusamen mit ein, um einen direkten Vergleich zu haben. Beginnen wir wie immer mit dem Zugversuch und den Proben in XY-Richtung. Mit 61,3 MPa ist Olefin eines der festesten Materialien, die ich bisher getestet habe. Es ist ca. 38% fester als ABS und 25% fester als das von mir zuvor getestete ASA. Beachtet aber bitte, dass es sich hier nur um grobe Orientierungswerte handelt und die tatsächlichen Eigenschaften von Hersteller, Farbe und Druckeinstellungen abhängen. In Z-Richtung, als Maß für die Schichthaftung, kam ich auf eine Festigkeit von 14,8 MPa, was weder besonders gut noch besonders schlecht ist. Nun zum 3-Punkt-Biegeversuch, mit dem sich der Biegemodul als Maß für die Steifigkeit des Materials ermitteln lässt. Beim Olefin kam ich auf ein Biegemodul von 2299 MPa. Hier ließ sich kein signifikanter Unterschied zu ABS oder ASA feststellen, was sich auch schon an den Proben erfüllen lässt. Die Steifigkeit reicht für normale mechanische Teile in der Regel aus. Bei Halterungen oder Verbindungsplatten, ich denke hier z.B. an die Halterung eines Extruders auf dem Carriage, kann höhere Steifigkeit wünschenswert sein. Dann sollte man sich Carbon- oder Glasfaserversteigte Filamente ansehen, die in immer mehr Ausführungen und mit verschiedenen Basismaterialien angeboten werden. Bei der Kerbschlagfähigkeit kam ich auf 5,9 Kilojoule pro Quadratmeter, wobei es sich hier um den Mittelwert aus drei Proben handelt. Sie ist verglichen mit ASA und ABS sehr niedrig und ähnelt der Zähigkeit von PLA, PETG und faserverstärkten Filamenten. Nun zum Temperaturtest. Dafür habe ich den Balken vom 3-Punkt-Biegeversuch erneut ausgedruckt, diesmal mit 30% Gyroid Infill. Im Anschluss habe ich diesen zwischen zwei Aluprofilen mittig mit einer Mutter beschwert und in einen aufheizenden Umluftbackofen gestellt. Die Probe im Vordergrund ist übrigens aus Fischi Filaments PA6. Den ausführlichen Test findet ihr ebenfalls hier auf meinem Kanal. Beim Olefin kam ich so auf eine Temperaturbeständigkeit von bis zu etwa 80 Grad Celsius, was etwas niedriger als die des ABS und ASA ist. Für die meisten Anwendungen wie die Druckteile von umhausten 3D-Druckern jedoch völlig ausreichen sollte. Nun nochmal kurz zur bereits angesprochenen Dichte. Die hier gezeigten Werte habe ich nicht selbst ermittelt, sondern aus den Datenblättern der Hersteller übernommen. Der Vergleich zeigt, dass Olefin eine wesentlich geringere Dichte als die anderen üblichen Filamente hat. Daher lassen sich sehr gut leichte Bauteile herstellen, die für den Modellbau oder schnell bewegte Bauteile in Druckern sehr interessant sind. Insgesamt bin ich vom Olefin wirklich positiv überrascht. Häufig sind solche, ich nenne sie mal Sondermaterialien, sehr schwer zu drucken oder überdurchschnittlich teuer. Das Olefin hat insgesamt gute Eigenschaften und lässt sich dazu relativ einfach und vor allem geruchlos verarbeiten. Ich sehe, dass Material überall dort, wo man besonders leichte Bauteile benötigt oder die mechanischen Eigenschaften von PLA zwar ausreichen würden, die Temperaturbeständigkeit aber zu gering wäre. Konkrete, auch vom Hersteller angegebene Anwendungen sind Spielzeuge, Modellbau und mechanisch beanspruchte Teile. Nun möchte ich noch die zu Beginn gestellte Frage beantworten, ob Olefin eine würdige Alternative zum verbreiteten ABS darstellt. In meinen Augen tut es das, allerdings nur für bestimmte Anwendungen. Um ABS endgültig abzulösen, müsste es meiner Meinung nach noch mal einfacher zu drucken sein und im besten Fall eine höhere Kerbschlagfähigkeit aufweisen. Doch was denkt ihr von Olefin? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Jantek. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.